Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja heute habe ich mal ein mega hammer langes Video. 25 Minuten in 10,5 Minuten reingequetscht. Ich habe jetzt nämlich diesmal wirklich mehrere Seiten auf einmal gemacht. Habe ich euch ja im letzten Video auch schon zusammen geschnitten. Und dann kommt jetzt auch heute noch dieses Video online und eins mit dem Deckblatt vom zweiten Journal. Damit ich das einfach mal abgeschlossen habe und ich habe tatsächlich wirklich nur noch zehn Doppelseiten vor mir. Das heißt da werde ich es genauso machen. Da werde ich mehrere Doppelseiten in einem Video machen. Ich lege euch jetzt mal Musik drüber. Ihr werdet jetzt gleich den Titel und den Interpreten sehen. Aber ich finde es einfach nur mega 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 cool, dass es jetzt mal so zügig funktioniert. Und ich freue mich derb. und ich freue mich auch noch mal. Und ich freue mich auch noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020